Hallo und Willkommen. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Heute machen wir ein Erdbeer-Raffaello-Törtchen und wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Unklarheiten im Video sind, dann schreibt mir bitte. Ich beantworte euch gerne die Fragen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.